Da kommt ein Selbstmordpsycho, ein Selbstmordpsycho, ein Selbstmordpsycho. Wo 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 wo, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Einen wunderschönen. So, wir sind jetzt, ich habe keine Ahnung wo wir sind, steht das auf der Karte? Irgendwas mit Satansack-sack irgendwas. Ich weiß echt nicht mehr. ich weiß auch, ich habe auch nicht gewusst was es auf Englisch heißt und darum habe ich es wahrscheinlich auch vergessen aber es war kein sehr anständiger Name soweit ich das interpretieren kann ja und versuchen jetzt tatsächlich den Roland zu befreien, wenn es wahr ist okay, da haben wir wieder einen aha, einen Nomadenfolterer wo, 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 wo wo, wo, wo wo, wo wo sind denn die alle da ist ein durchgeknallter Maradeur so da ist dieser Folterer okay da ist ein durchgeknallter Maradeur ah wuuh 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 kalönchen erledigebar Autogun macht Hackfleisch aus ihnen, hast du gehört so hi 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 wo, warte ich nehme mal die Sneaper haha so da versteckt sich einer da hinten, oder? ja 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 na bitte also bisher also kommen noch welche okay okay, meine Kanone ist jetzt auf Cooldown Selbstmord, 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 Geh weg, Geh weg, Geh weg von mir oh nein ach genau 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 das das wollte ich nicht aber es wurscht selbstmord wuuh 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 weißt was, will ich da runterspringen so und wo, wo wuuh ja genau ah, da oben ist einer der Bad Mike kann ich den noch killen? ah ne Mad Mike Mad Mike nein, nein, nein ich bin tot okay ich hasse diese Selbstmordpsychos wie die Pest okay wo bin ich denn da jetzt? hm 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 ich hab mich eh schon genug fortgepflanzt ist mir ziemlich wurscht ja, da muss ich hoch okay das gibt's ja nicht ich geh rein und bin schon halb tot weißt was ich geh mal die Kanone rauf ich seh euch ja auch gar nicht wo seid ihr? nix feigling ich seh dich nicht da da ist wieder full life ist eigentlich logisch so ja zack weg meine Kanone schießt auch gar nicht so weg oh 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 ähm kann ich dich auch abdrehen? v so danke okay ich bin jetzt wieder halbwegs erholt jetzt schauen wir wo da noch wer ist oh da ist ein durchgeknallter Marodeur da ist er okay wo war jetzt dieser Mad Mad hat der Mad Max? nein Mad Max wäre mir aufgefallen wenn der Mad Max geheißen hätte glaub ich zumindest aber in dem Stress kann es natürlich auch sein dass ich das absolut nicht registriert habe da vorne hat er was fallen lassen da geht's weiter okay oh wow 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 also der erste ganz am Anfang wie ich reingegangen bin in dieses in diese Anlage der war ja mit seinen diesen drei mit diesen drei armen Wesen da auf seinem ich wollte jetzt nein gar nichts machen in der Hinsicht der war ja relativ schnell tot aber da war es jetzt echt ein guter Selbstmachpsychus mit denen kann ich überhaupt nicht umgehen null so es wäre halt für mich von Vorteil ah da ist einer wenn man alle Gegner schon im vorhinein sähe und die nicht erst irgendwo auftauchen würden weil dann könnte ich die alle aus der Ferne abschießen so wie ich es jetzt mache und jetzt kratzt man die Nase warte geht schon wieder zack also die Crimson Tides oder so ähnlich ich kenne mich da jetzt nicht aus mit den ganzen Fraktionen die es da gibt Hyperion und Crimson Tides und Bloodshots und was weiß ich noch alles so muss ich da auch wieder auf irgendeine Sicherung drinnen schießen oder oder einfach durchlaufen okay warum haue ich mein Geschütz jetzt daher ich wollte es eigentlich ganz woanders hinhauen was schießt mein Geschütz da ab Wo bist du? Da! Okay, riskieren wir es, da einfach durchzulaufen. Lief ja ganz hier. Nein, 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 ich komme gar nicht weiter. Das muss man irgendwo abschalten können. Aber wo? Vielleicht muss ich das Ding da zerstören. Und dann gibt es eine Kettenreaktion? Nein, das war es nicht. Drinnen gibt es auch nichts zum Anvisieren. Ne? Schau mal, vielleicht kommen wir ja noch dorthin, wo man das machen kann. Warum kann ich das da? Da brennt was. Ach so, das ist ja das. Hm. Drauf schießen? Nö. Okay. Wir tun nochmal aussortieren. Ich habe ja alles genommen, was es zum nehmen gibt. Da können wir sicher ein paar Sachen wegschmeißen. Ja, zum Beispiel die da. Die da. Jetzt habe ich zwei Raketenwerfer. Oh. Schaden 5079. Höchst effektiv gegen Panzerung. Ich traue mich jetzt ja gar nichts mehr wegschmeißen, weil die schauen alle so geil aus. Eieieieieieiei. 였 ещё hier. Eieieieieieieieiei. Pf. Eieieiei... Äh, Karte. Ja, eh da entlang. Da hinten ist nichts mehr, oder? Ist da noch was? Ne, da ist nichts mehr. Also da entlang. Warte, da geht es da entlang und da entlang? Ne, Blödsinn, da entlang. Ich sei ein Orientierungsgenie. Okay, ist da jemand? Bewegt sich da was? Oh, die schrecken mich, so die depperten Psychos. Okay, Psychos sind mal erledigt. Was heißt Zwergliebhaber? Normadenfolterer? Ich hatte es schon mal. In dem Bereich da. Okay, da ist eine Granate. Waaaaah! Okay. Dich hau ich so? Wütender Zwerg. Wow, wow, du machst ja... Du machst ja... Irgend so einen Elektroschaden. Okay. Okay. Okay, was ist denn da vorne wieder? Ist das wieder ein Geschütz? Nein. Ein durchgeknallter Maradeur. Da haben wir auch wieder einen durchgeknallten Maradeur. Und wo sind die anderen Punkte? Da. Zack. Da kommt... Ah, ein Selbstmordpsycho. Ein Selbstmordpsycho. Ein Selbstmordpsycho. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, yes. Da liegen seine Teile herum. Wo habe ich mein Geschütz hingestellt? Von lauter Panik. Wo stehst du? Da. Ah, da geht's rauf. Okay. Ah, da ist noch was rotes. Wo ist das? Da war's. Okay. Okay. Das Spiel ist ganz schön stressig. Ah, Eridium. Jetzt habe ich schon das 37, 36 Eridium. Wie komme ich auf 37, wenn da 36 steht? Was ist da oben? Was haben wir denn da? Mich. Bedes. 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 Bed. As. Bed. As. Bed. As. Bed. Okay, aber du hältst jetzt eh nicht so viel aus. ok was haben wir da grün grün es grün so grün wenn spart ich muss mal granaten anwerfen angewöhnen anwerfen granaten werfen angewöhnen meine ich natürlich so wenn wir da mal habe ich jetzt das ausgeschalten ich habe das ausgeschalten also ja war ja bis jetzt immer zum zertrümmern ok jetzt kann ich da rein ja dann muss ich gleich mal schauen was es da unten gibt hinter diesem elektro zaun sag ich mal da gibt es noch waschmaschinen und jetzt ist nur schwachsinn drinnen ok da haben wir auf jeden fall einen muni da auch und was haben wir da ok war jetzt nicht so aber ich habe es aufgemacht das ist das ist das ist schon viel erfolg dabei was ist das granatschaden explosion das befindet so viel das ist schlimm schlimm lobet bouncing betty vorhin ja den habe ich ja weggeschmissen habe ich das jetzt wieder aufgekommen was ich weggeschmissen gehabt habe das kann leicht sein so deppert wie ich bin ähm rucksack wir haben jetzt noch zwei für zwei platz ja genau ich habe das ja vorher weggeschmissen schlimm 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 ist es tutel so da oben habe ich dann das tor ausschalten können das heißt da geht es dann weiter und da haben wir ja schon ein paar gegner ausgeschalten so karte ja wir machen schluss mit dem teil ich sag vielen dank fürs dabei sein ich wünsche euch einen wunderschönen daumen rauf oder runter ist mir wurscht habe die ehre ein wunderschönen daumen preliminary ein wunderschönen ein wunderschönen ein